My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and cook for the rest of our lives. Boys and Girls, that's a good one. So, if you don't cut it in your fingers, you can do it. Now, walk on here, from the bra here. Anzun-Kamin, and over here. There's a lot of Pfeffer-Ladon here. You're friends, you don't see it. Here, a little bit over the Zutaten. Very good. That's a couple of ingredients here. So, and here, wonderful. Fett is hot. And here, and here, and here. And here, and here, two pieces. Two pieces, two pieces. Yeah, so must it be, never two. So, and here, 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 to us, come another one. Teste 1. and here, here, you have to go here. nicht vergessen. So, wenn man sie jetzt hier hat, ja, nochmal drauf fassen, präsentierend, Currypaste nicht vergessen. Ordentlich einen Löffel rein hier, schön anschwitzen da in dem Fett und dem Öl, was noch unten drin geblieben ist, ja. Jetzt kommen die Zwiebeln hinterher, direkt die Zwiebeln rein. Sehr schön, oh ja. So, und dazu natürlich Brokkoli in der Ladung. Und jetzt hier Sojasauce. Ganz genau, ordentlich schluck drauf, ein bisschen ablöschen damit. Und jetzt hier natürlich Paprika. Ja, Paprika dürfen nicht fehlen. Wo sind sie? Ja, wo sind die Paprika? Grüne, rote, gelbe. Ja, alles rein. Und Karotten, mehr. Ja, Gemüse. Das wird für die Girls, Freunde. Jawoll. Und jetzt hier eine ordentliche Ladung, Gemüsebrühe hinterher, Wimsen. Und natürlich, Johnny mag's scharfe, sonst schmeckt ihm gar nichts. Ein paar Jalapenos rein. Ja, die gehen immer, Freunde. Boys and Girls, wenn's nicht schmeckt, Jalapenos rein. So, und dann hier ist Sojasprossen, wie immer hier. Wunderbar. So, es wird Asia-Style, ja, wunderbar. Oh, oh. Ja, hier und hier. Was haben wir denn hier? Jawoll. Ja, Knoblauch und Zitron. Oh ja. So, wie ich's mag. So, und wenn man's hier hat, hier kommen die südkoreanischen Champignons hinein. Oh ja. So, Boys. Ja, ja. Jetzt können die Enten titten mal gesäbelt werden hier. Oh, kleine Scheibchen schneiden hier. Zack, hier. Wunderbar. Ja, zieht ja aus wie beim Chinesen hier. Haha. Ja, zack, los geht's hier, Freunde. Saftig sind sie da noch. So, die werden jetzt mit durchgedünstet. So, wenn man jetzt hier fertig hat, hier. Oh ja. Machen wir's ein bisschen schneller. Dann kann der nächste angesiedelt werden hier. Genau da. Sehr schön sieht das aus. Oh ja. So. Und nun, Freunde. Ja, komm, hier. Ja, den letzten Schnitt. Ja, noch mal zeigen und jetzt rein damit hier. Ganz genau. So. Ja, sehr gut. Das sieht gut aus. So, hier, Freunde. Ja, ha. Jetzt wird ungerührt, ja. Schön mit dem Gemüse vermengen hier. Sehr gut. Mit dem kräftigen Rühren. Nichts anbrennen lassen hier. Immer umdrehen hier. Sehr gut. Guckt euch das an, wie das aussieht. Das Hähnchen ist durch. Jawohl. Ach, das Hähnchen, halt. Die Ente, Mann. Ich war schon wieder beim Hähnchen. Nächste Woche gibt's Zähnchen, Freunde. Kleinen Abteaser hier. So, und jetzt hier. Zack und weg damit hier. Die Präsentierküche hier. Licht an hier. Ihr sollt was sehen, Freunde hier. Bumm. Und ab in die machen jetzt nochmal den Tisch. Die medicationschüsseln. Kam schon her. Du auch noch. Celsius. Oh, ja. So eineIGHL Die tended nicht fehlen. Also ein bisschen Fleisch. Ist für mich der Topf. Die Girlz kann den Topf ohne Fleisch essen. So, ja. Noch ein Kelle hinterher, jawoll. Und hier die speziellen Johnny S. Benzer. Präsentier-Hand. Und hier ist es. Johnny's Dark Walk Jack. Die Zutaten nicht vergessen, da stehen sie noch mal. Und nun hier, kleiner, zwar kein Anschnitt, aber ein kleiner Schnapper. So, ihr habt da ein kleines Auswahlmenü hier. Nummer 1 steht natürlich erstmal hier. Vielen Dank für die 2 Millionen Klicks hier, Freunde. Channel 2, da habe ich das Video hochgeladen, weil kein Rezept, Freunde. Ich will euch damit nicht belästigen. So, und dann gibt es natürlich hier ein paar Wok-Folgen hier, wie immer. Extra für euch, dann seht ihr, wie das mit dem Anzündkamin läuft hier. So, Boys und Girls, ballert's euch. Bis bald. Ach ja, oben rechts kommt ihr auf Channel 2 aufs Ende für das Dankeschön 2 Millionen Klicks Video. Ballert's euch rein, Boys und Girls. Ciao. Ciao.